Hallo Leute, herzlich willkommen auf Signal Stumble Gaming und heute spielen wir mal einen Simulator, dessen Namen ich gar nicht weiß. Wir müssen hier auf jeden Fall irgendwie größer werden, also es ist irgend so ein Pet Tycoon, also so Big Pet Tycoon. Den Link dazu für das Spiel findet ihr in der Videobeschreibung, also schaut einfach mal vorbei, dort ist dort verlinkt. Wie geil, dass man hier einfach so einen Spawn Point sieht. So, wir müssen auf jeden Fall irgendwie groß werden. Hier sieht man, wie groß ich gerade bin, ich bin aktuell der Kleinste. So. Ich habe 14, 15 Leben, also sie sind auch Leute, die anscheinend einen umbringen. Dann kommen wir, der Petri, schadet 2 Milligramm. 33, oder was? Du brauchst 2 Milligramm größer. Hä? Und die muss ich jetzt hier angreifen, oder was? Ah. Haua. Geh weg, du blödes Viech. So. Lassen Sie mich in Frieden. Wow, was war das? Oh, ich bin fast gestorben. Geh dir nicht, geh dir nicht. Lassen Sie mich in Ruhe, lassen Sie mich in Ruhe. Aua. Aua. Ey, jetzt geht doch mal weg. Okay, ich habe hier gerade ein paar Probleme. Lassen Sie mich in Frieden, bitte. Nein, ich will Ihnen nichts kaufen. Ah. Kann man die hier auch angreifen? Aua. Ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe. Hilfe. Hilfe. Ich will nicht sterben. Mama Mia. Hier, ich bin gestorben. Mann. Was soll das sein? Ey, meine Uhr, die klingelt gerade die ganze Zeit. Was ist das denn? Meine Güte, ey. Okay, weiter geht's. So. Ich weiß tatsächlich gar nicht, wie groß man jetzt hier sein soll, um irgendwas... Oh nö, aber hier ist hier wieder irgendwas ausgelöst, um wir kämpfen. Ah. Man kann hier irgendwas schießen. Bats. Ey, das ist ja voll cool. Bats. Ah. Was kann man hier machen? Hier kann man für so Coins irgendwo öffnen. Machen wir mal. Warum habe ich hier eigentlich keinen Sound in diesem Spiel? Ah, man sollte auch mal hier... Man sollte hier auch mal die Musik ausmachen, so. Man sollte auch mal die Lautstärke tatsächlich holen. Hier, höher drehen. Boah. Ausrüstung. Plus 40% größer habe ich gekriegt. Ich bin jetzt schon hier 100 Mikrogramm groß. Ich frage mich gerade, ob man dann größer wird. Also, man wird größer, aber ob man dann... Wisst ihr, was ich meine? Ob man dann... Das ist cool. Oha, ich kann springen. Was sind das hier für Dinger? Keine Ahnung. So. Zack, zack, zack. Quatsch. Ah, das hier sind diese gummischen Dinger. Bam. Oh, jetzt hört auf, mich hier die ganze Zeit anzugreifen, ihr blöden Dinger. Okay, jetzt greift mich keine Ahnung, das ist doch schon mal gut. Meine Güte. Okay, so. So. Oder was explodet hier schon wieder hinter mir? Ach, das ist der Boss. 2 Milligramm. Achso, ich habe Mikrogramm. Jetzt verstehe ich das, was ich brauche. Und da klingelt auch schon wieder meine Uhr. Ah, ich stelle ihn mal kurz eben gleich aus. Einen Moment, ich muss lieber kurz ausstehen. Okay, so, jetzt aber weiter hier. Also, wenn wir 50 Schaden machen, das wäre geil. Oh, ich merke gerade, wir haben hier 700 Coins. Können wir natürlich mal kurz hier einmal öffnen, hier. Okay, so, let's go. Was kriegen wir? Mehr Schaden. Geil. Noch mal öffnen hier. Mehr Gesundheit. Auch geil. Äh, jetzt habe ich es nicht gesehen. Mist. Noch mal mehr Schaden. Oha. Mehr Gesundheit. 2. Okay. Was haben wir noch? Wir können sogar noch 2 öffnen. Machen wir auch. Ja, noch mal mehr Schaden. Das ist Stufe. Das habe ich schon, ja. Okay. So, wir gehen jetzt mal in mein Inventar. Also, das Blaue ist geil. Wir machen aus, äh, anwenden und ausrüsten. So. 9% Größe. Hä? Mehr Gesundheit, mehr Schaden. Okay. Ah, und diese Diamantendinge, da kannst du dann mehr... Ich mache jetzt ganz schnell hier irgendwie Dinge anziehen, wie man hier sehen kann. So. Boah, wir werden jetzt so schnell groß, Alter. Geh weg. So. Okay. Okay. Hier, guck mal, ich rasiere hier einfach alles durch. Ich muss hier nur einmal kurz so durchklicken, dann habe ich hier alle. Geil. Grüner Schleim, 20 Juwelen. Oh. Geul. Geh weg. So. Wir sind fast 2000 Dingens große. Virus Slime. Wir haben auch schon wieder 1000 Münzen. Warte, wie groß sind die hier? Kann angeblich jetzt schon den Boss da besiegen. Ah, Geschäft, habe ich hier irgendwas? Was denn? Ah, man kann ja auch mit den Coins hier sowas öffnen. Okay. Okay, interessant. Okay. Musst du erst den Boss besiegen. Okay, und dann komme ich hier raus, oder was? Ist doch geil. Okay, wir versuchen jetzt mal, den Boss hier zu besiegen. Ja. Okay. Geht aber auch recht schnell eigentlich, ne? Bats. Radioaktiver Slime besiegt. Und jetzt kann ich hier rein, oder was? Ja, jetzt komme ich raus. Öh. Bin ich denn jetzt? Raus hier. So. Für 750 kann ich hier eins öffnen. Let's go. Das kriegen wir. Wir kriegen... Habe ich, glaube ich, schon. Kann das? Habe ich das schon? Ich weiß es nicht. Inventar. Kritischer Treffer. Ne, habe ich tatsächlich noch nicht. Okay, wir können hier mal für 100 einen öffnen und den hier einmal ausrüsten. Zack. So. Dann komme ich mit dem Regal eingraben. Aber was kann ich jetzt hier machen? Ach, ich muss jetzt hier alles einsammeln, ne? Okay, wo... Bei welchem Platz bin ich? Ich bin immer noch letzter. Geil. Jo. Zack. Okay, man wird hier aber schon schnell groß, muss man sagen. So. Okay. Ist ein geiles Scam auf jeden Fall. Kann man auf jeden Fall weiterspielen, ne? So. Easy. Auch easy gekleppt. So. Okay. 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 Zack, 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 zack. So. War auch easy. Bam. Bam. Okay, jetzt geht's schnell tatsächlich. Okay. Okay, Leute. Ich würde aber auch erst mal sagen, das war's mit dem Video. Wenn's euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Schaut außerdem auch mal im Discord-Blog, wobei der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Aktiviert natürlich die Glocke, wenn ihr kein Video mehr verpasst. Habt einen Traum auf den Tag. Haut rein, Leute. Euer Sando. Ciao. 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 Vielen Dank.